Tja, der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Herr Wiesmeier fordert ein Bitcoin-Verbot. Warum das so ist und was dahinter steckt, das wollte ich von ihm erfahren. Deswegen habe ich ihn mir gleich zu einem Gespräch eingeladen. Mir geht es vor allem darum zu erfahren, soll ich meinen Bitcoin-Sparplan bei der 21-Bitcoin-App einstellen und lieber wieder mit ETF spekulieren oder weitermachen. Gibt es vielleicht gute Gründe für ein Bitcoin-Verbot? Das erfahrt ihr jetzt. Herr Wiesmeier, Sie fordern ein Bitcoin-Verbot. Warum? So Freundchen, ich möchte, dass du mir jetzt mal aufmerksam zuhörst. Der Konsum ist in Gefahr. Der bedingungslose Konsum ist in Gefahr, wie es nicht mehr war seit 1919, als beinahe die Kommunisten an die Macht gekommen wären. Was also ist die Gefahr für den bedingungslosen Konsum? Ich werde es dir sagen. Die Gefahr ist Bitcoin, dieses Rattengift, dieses Gespür. Aber wieso ist denn der Konsum in Gefahr? Das verstehe ich nicht so ganz. Ich habe letztes Jahr in Berlin allein 19 Penthouse-Wohnungen hochgezogen. Fünf Einkaufszentren in der Slowakei, vier Zementwerke in Ägypten und fünf Kobaltminden in Gambia. Und wie finanzieren Sie das alles? Es ist jedes Jahr das Gleiche. Ich habe da ein Team an Heuschrecken. Ehemalige Unternehmensberater. Und die Kundschaften für mich aus. Wo lohnt sich so ein Wald zum Roden? Wo ist noch Potenzial da für ein paar Einkaufszentren? Wo ist das Schweinefleisch noch zu teuer? Wo brauchen wir ein paar Schweinemastbetriebe? Und die schnüren mir dann ein schönes Paket. Und mit diesem Paket gehe ich da zu meiner Bank und sage, da schauen Sie her, ich brauche bitte 15 Millionen. Und die Bank gibt Ihnen die 15 Millionen dann einfach so? Die haben da ein schönes Knöpfchen bei der Bank. Da drücken die drauf und dann sind die Millionen auf meinem Konto. Jetzt wirst du denken, ja Moment einmal, aber die Bank kann doch nur das verleihen, was sie selbst an Spareinlagen hat. Das war vielleicht zu Jesus-Zeiten so. Aber das ist schon lang vorbei. Und woher bekommt die Bank dann die 15 Millionen? Die holen sich ja das Geld auch einfach wieder von der Zentralbank. Und da ist ja unendlich verraten. Und weil ich nicht so ein Geringverdiener bin wie du, zahle ich auch keine 6-7% Zinsen, sondern wenn wir da mal ein halbes Prozent zahlen, dann zahlen wir schon viel. Und das ist wirklich so einfach? Es ist ja auch wirklich kein Hexenwerk. Ich habe eine Summe, mit der Summe gehe ich zur Bank, die Bank drückt das Knöpfchen und dann bekomme ich das Geld. Und dann kann ich wieder ein Jahr lang zementieren und roden. Meistens hat sich das Zeug dann nach 5-6 Jahren abbezahlt. Dann habe ich wieder mehr Kohle. Dann können wir im nächsten Jahr mit einer größeren Summe zur Bank gehen. Okay, aber was hat das jetzt mit Bitcoin zu tun? Jetzt kommt das Ratengift ins Spiel. Weil ich habe mir bei meiner Bank nachgefragt, ob die Bitcoins drücken können. Und weißt du, was die gesagt haben? Das würde mich jetzt wirklich brennend interessieren. Die haben gesagt, es gibt nur 21 Millionen Stück. Das bedeutet, wenn sich das durchsitzt, dann ist Geld nicht unendlich vorhanden. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass wenn ich mir Geld leihen will, dass es mir von der Allgemeinheit leihen muss. Dass es mir wirklich leihen muss. Was glaubst du, was es für ein Wahnsinn ist, die Allgemeinheit von einem Zementwerk in Ägypten zu überzeugen? Da gibt dir doch kein Mensch Kohle für sowas, wo jeder den Planeten jetzt retten will. Und wahrscheinlich verlangt die Allgemeinheit dann auch noch Zinsen. Aber wäre das nicht gut, wenn die Interessen der Allgemeinheit berücksichtigt werden? Ja, jetzt stell dir mal vor, wir investieren nur noch in Projekte, von denen die Allgemeinheit profitiert. Was interessiert nicht der Profit der Allgemeinheit, wenn es auch mal einen eigenen Profit gibt? Ihr Profit wird also von Bitcoin bedroht? Ich sag dir eins, diese Bitcoin-Seuche muss noch im Keim erstickt werden. Stell dir mal vor, was passiert, wenn man Geld nicht mehr einfach auf Knopfdruck erzeugen kann. Wenn den Leuten ihr Vermögen plötzlich durch Inflation nicht mehr wegschmilzt. Die Leute würden anfangen zu sparen, weil ihr Geld ja plötzlich mehr wert wird. Es würde genau das Gegenteil passieren von dem, was jetzt passiert, wo das Geld immer weniger wert wird. Also ich fände es super, wenn ich mein Geld einfach sparen könnte und mich nicht ständig mit dem Aktien- und Immobilienmarkt beschäftigen müsste. Das ist doch ekelhaft. Eine Welt ohne Konsum, wo nicht mehr zementiert und gerohlen und geschlachtet wird, weil sie ist so schön rentiert, weil so viel Geld da ist. Das ist doch die Hölle auf Erden, was das bedeutet. Also ich möchte in so einer Welt nicht leben, sag ich dir ganz ehrlich. Okay, verstehe. Aber noch hat sich Bitcoin ja nicht durchgesetzt. Irgendwelche afrikanischen Staaten fangen ja schon an, mit dem Zeug zu arbeiten. Jetzt stell dir mal vor, was los ist, wenn da die ganzen Afrikaner das Zeug auf ihrem Smartphone haben. Womöglich schicken dann denen auch noch irgendwelche Verwandten aus Europa Geld. Ja, wie willst denn du da noch mit irgendwelchen Kugelschreibern irgendwelche Schürfrechte für irgendwelche Minen kaufen? Aber ich sage dir eins, noch ist nichts verloren. Ich habe gute Positionen in Stellung eingebracht. Ich habe gute Leute, ich habe zum Beispiel diesen Mabio de Fase, dem habe ich hier in Berlin eine schöne Wohnung gekauft, damit er sich weiterhin für ein Bitcoin-Verbot stark macht. Das funktioniert soweit, glaube ich, auch ganz gut. Der Mann ist sehr medienwirksam unterwegs. Aber das kostet ja auch Geld. Das kostet alles Geld, wo ich aber am Ende nichts zurückbekomme dafür. Das muss ja auch nicht sein. Also ich denke, es wird schwierig sein, Freiwillige zu finden, die sich für ein Verbot einsetzen. Aber das Gute ist, dass letztendlich die komplette Politik ja auch auf meiner Seite ist. Weil ich meine, mich trifft es vielleicht einmal mit 15 Millionen im Jahr. Aber stell dir mal vor, die Politik kann nicht mehr einfach Geld drucken. Ja, was ist denn dann los, wenn die plötzlich nur noch das ausgeben könnten, was sie vom Steuerzahler bekommen? Stell dir mal vor, die müssten plötzlich Rechenschaft darüber ablegen, wie rentabel sie das Geld vom Steuerzahler ausgeben. Das wäre ja der Wahnsinn. Das würde auch den Aufstand auslösen, sage ich da ganz ehrlich. Dann wäre es vorbei mit, auf der einen Seite Windräder bauen und auf der anderen Seite irgendwie Braunkohle subventionieren. Ja, dass die Politiker ihren Handlungsspielraum nicht einschränken lassen wollen, leuchtet mir ein. Aber für die Bürger wäre das doch was Gutes. Letztendlich läuft alles auf eins raus, solange keiner ernsthaft Interesse hat, den Planeten zu retten. Solange ist keine Gefahr. Solange unser Planet eine endliche begrenzte Anzahl Ressourcen hat und auf der einen Seite Leute wie ich Geld unendlich drucken können. Ja, da ist es doch vorprogrammiert, dass wir diesen Planeten bis zum letzten Grashalm verheizen. Das ist doch völlig logisch. In der ersten Check, ja Moment einmal, wenn Geld plötzlich auch nicht mehr unendlich vorhanden ist, da können wir auch nicht unendlich die Rohstoffe verheizen. Ja, okay, das macht Sinn. Aber ich denke schon, dass viele den Umweltschutz wirklich ernst nehmen und nach und nach immer mehr Menschen genau aus dem Grund eine globale Bitcoin-Adoption als Lösung erkennen. Wenn der Punkt erreicht ist, dann muss Bitcoin verboten worden sein. Das ist ganz wichtig. Vielleicht wird es im schlimmsten Fall sogar reichen, wenn wir es schaffen, dass niemals irgendjemand eine Verbindung zwischen Bitcoin und Umweltschutz herstellt. Ich meine, es ist zwar naheliegend, ja, aufgrund der begrenzten Ressourcen und des begrenzten Charakters. Aber trotzdem, wenn wir das schaffen, dass hier niemals, niemals eine Verbindung entsteht, dann haben wir auch gewonnen. Ja, alles klar, ich drücke Ihnen die Daumen, dass das funktioniert. So, und jetzt an dich, Spezi. Wenn du auch willst, dass weiterhin ordentlich gerodet und zementiert wird von Leuten wie mir, dann musst du auch was dafür tun. Und zwar, wann immer du hörst, dass irgendjemand über Bitcoin spricht, du wirst dich für ein Verbot einsetzen. Und wenn alles gut läuft, dann kriegst du vielleicht einmal bei mir im Einkaufszentrum einen Job an der Kasse. Und dann sind wir alle glücklich. Vielen Dank für Ihre Zeit und vor allem das Angebot, aber ich glaube, ich werde mich trotzdem weiterhin für eine Bitcoin-Adoption einsetzen. Einen schönen Tag. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat Herr Wiesmeyer definitiv nicht überzeugt. Ganz im Gegenteil, mir liegt nämlich sehr viel am Umweltschutz und deswegen werde ich meinen Sparplan bei der 21-Bitcoin-App gleich nochmal erhöhen. Und wenn dir Umweltschutz auch wichtig ist und du gerne in Bitcoin sparen möchtest, dann schau dir mal die 21-Bitcoin-App an. Mit dem Code FOCUS21 sparst du dir noch ein bisschen Gebühren. Alle weiteren Infos und Links zu der App findest du auch in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.